Sondern der Mario Kart Cheater. Und der Justine bestimmt auch. Wenn jetzt sowas kommt, spiel was du willst, dann spiel ich Hogwarts Legacy und mach daraus einen Aufnahmestream. Das kann ich dir sagen. Joa. Ansonsten Bubidibubidibu, Bubidibubidibu. Sie meldet sich auch nicht mehr. Ich schreib den an und da passiert gar nichts. Ihr wollt's doch bestimmt sehen. So, wollen wir den Chip marktualisieren? Kann das mit dem Controller spielen? Nee, ne? Ich könnte es gerne hosten, weiterspielen hier. Joa. Muss man mal ein Steam-Bild neu, ähm... ...neu machen, weil das ist echt alt. Das war mal ein Bewerbungsfoto von mir. Ich hab heute einen Xbox Elite Controller geholt und der hat gekostet, äh... Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Lass mich überlegen. 119. Du brauchst noch keine Island. Du kannst eigentlich mir einfach joinen. Ja. Haben die auch gemacht. rechtsklick und dann in lobby beitreten ich weiß es nicht ganz aber du hast es so gemacht wollen wir mal starten oder wollen wir mal gucken jetzt nehmen hier noch was offen so ok 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 so wir müssen uns gut ausrüsten weil wir brauchen paar sachen also wir treffen uns erstmal hier und und rüsten uns halt extrem aus sprich essen trinken und wir brauchen definitiv auch sachen hier werkzeug also ich werde jetzt erst jetzt erst rein so den auf der 1 den auf der 2 die achse auf die 3 die fackel auf die 0 und das trinken auf die 9 gut wunderbar so das brauchen wir jetzt nicht unbedingt super erst mal voll fressen ich würde jedem raten so mindestens so ein bisschen was mitzunehmen zum essen nicht viel aber so ein bisschen was wir haben ja schnell nachgefischt dann könnt ihr erst vier Fische mitnehmen oder sonst drei ja wir müssen vor allem wir können ja auch das was wir jetzt hier haben können wir nochmal voll machen für den fall dass wir unser inventar voll machen also ich habe jetzt ich habe einmal ich habe ja ich habe vier sachen mitgenommen das bedeutet 1 2 3 also einer nimmt drei sachen mit der andere noch vier je nachdem was im inventar habt nimmt euch zu essen zu trinken mit ich würde sagen und rüstet euch gut aus wirklich ich habe ich habe ja normal ist echt ein bisschen dumm ich habe ganz vergessen bei mir hatte ich das ein bisschen auf custom eingestellt so dass die gegner ein bisschen weniger schaden machen dann war das komischerweise human ich habe das gefühl das normal balancing haben sie total verschissen das haben sie bei normalde powers halt schon nicht hingekriegt ich glaube dass das wird es nicht schaffen uns zu ja dann ich spawne im wasser ja dann lasse ich mich auch sterben ja ja finde ich halt jetzt nicht unbedingt also wir brauchen halt viele sachen das bedeutet wir müssen halt alles abklappern in der regel ist es so geraten dass du erst mal die peilsender deiner kollegen abgrasen musst solltest und dann die höhlen in einer gewissen reihenfolge sonst macht das alles keinen sinn aber ich weiß nicht ob das möglich ist wenn man auf normal spielt das ist ein problem so der justin ist wahrscheinlich schon tot auf einmal sind sie da ne diese wichslappen kann ich beide herstellen natürlich nicht aber was haben wir denn gemacht wir haben so viel damit verbracht irgendwie sachen zu bauen das wird echt gepickt sind warte mal so die pistole lege ich 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 mal auf 4 oh gut wenn er dann überlegen ob er das nochmal im nachhinein einstellen kann leider nicht ja 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 das merke ich unsere victoria ist die ganze zeit ein bisschen er pirscht er pirscht ist ein wenig aufgeregt die gute bleib ich getötet das ist super er er re er er hat er Gucken wir mal, ob wir den auseinandernehmen können. Wir werden mir nämlich eine Knochenrüstung basteln. Die brauchen wir. Nein! Oh. Nein, nicht essen. Oh, ich wollte doch... Entschuldigung. Warum kann ich den Arm von dem nicht aufnehmen? Das kann ich doch nicht sagen, aber... Der ist ein bisschen aufgebläht, der Dicke. Ist das überhaupt möglich? Der Dicke. 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 Dicke. Der 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 Dicke. Dicke. Der Dicke. Dicke. Der 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 Dicke. zu töten. Ja. Ja, siehste. Scheinbar nicht. Also ich hab keine Rüstung. Ich hab auch nicht. Da müssen wir aber halt gut durch. So, äh, ba-ba-ba-bam. Flasche. Druckerzeug. Das läuft alles. Eigentlich hab ich ja alles, was das angeht. Sieht gut aus. Also ist jetzt die Frage, ob ich mir folgen wollte und wir weitermachen wollen. Ich schau grad noch ein bisschen essen halt, deswegen. Ach so. Oh, ich hab jeden Fall. Okay. Na? Weißt du was? Wir machen's jetzt mal so. Gib dir jetzt mal den Paisender. Wir müssen immer, wo du bist. Super. Wir machen's. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ich schau. so die kleine ist wieder am baden das ist super ich brauche stickies stick 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 und kleine steinchen wenn ich gewusst hätte das nicht so verkacken mit der balance da ist doch schon wieder einer ich bin mal gespannt wie lange die early access bleiben weil die forest waren sie ja zig milliarden jahre warum kommen die denn schon wieder natürlich man kann übertreiben natürlich ist klar dankeschön wir haben viel zu viel leben und so ein scheiß bei aller liebe bei allem respekt haben diese lappen von midnight games wenigstens mal selbst gespielt ich hoffe wenn ich das mal frage aber solche fragen müssen erlaubt sein ist doch schon wieder so ein dicker nein klar haben sie es nicht würden sie ja wissen was wir da auf die welt losgelassen haben kann man den stock wenigstens abgeladen nein natürlich nicht warum denn auch denn nicht so als wäre das bei forest 1 so gewollt nur nach dem ganzen monster spawn dass sich die spieler darauf auch vorbereiten das problem ist uns stehen extrem harte kämpfe wenn wir die story wirklich so ein bisschen durch machen wollen was ich meine diese höhle äh nein nicht nur die höhlen vertrauen nein da um die sachen zu drucken bitte ich gehe da wo man die sachen drucken kann ja da müssen wir sowieso hin wir müssen jetzt eigentlich genug haben für den lauf erstmal gut gut dann liegt es an euch ob ihr mir folgen wollt oder nicht kein aufdauer also kann ich den stick nicht upgraden im ersten teil ging das da bringt es auch nichts dass sie ab und zu mal was droppen und liegen lassen ich weiß nicht wie die faulsten entwickler sich das gedacht haben also selbst als ich die story mal so ein bisschen angespielt habe und ich die monster oder die eingeborene et cetera alles so weit runter gestellt habe dass sie ganz wenig damage machen und so ein kram war das so ex war das so schon scheiße schwer gut essen haben wir genug stimmt da ist ja noch oh die stände ähm gut dann würde ich sagen folgt mir einfach so als erstes brauchen wir tauchgerät seilwerfer und dann die schaufel aber zuerst sollten wir die pinken dinge abklappen muss mich mal ganz kurz überlegen könnten eigentlich hier hoch gehen richtung norden nehme ich mal an dort ist nämlich das eine pinke ding und dann rechts zu der hühle am anderen strand da müssen wir sowieso hin also wir werden einiges hin aufnehmen müssen so jetzt so jetzt dort ist die richtige hühle man sieht die dann halt nie ein ganz ne Knochenrüstung könnte ich mir da jetzt bauen da habe ich natürlich kein klebeband da darf ich mal überlegen doch war schon richtig war schon richtig so aber auch schon hier im Waldbittchen oder so den Justin mal in Ruhe nachkommen müssen wir halt nur gucken ok ja ja gut zu essen sollten wir eigentlich genug finden auf dem Weg ich mache mir halt nur ein bisschen gedanken die eben die Eingeborenen der Fallbogen ist eigentlich auch nicht schlecht wenn man gut läuft ja das ist ja das Problem aber keine Angst es gibt hier noch genug Waffen warte kurz bevor man den häutert weil aus drei den kann man nicht häuten du kannst nur die großen in den Höhlen häuten sozusagen nein du hast ja einen auch schon draußen gesehen gehabt der wo angebunden war den wird man auch häuten können angebunden oh Entschuldigung Justin so so okay so 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 hier ja schön, dass sie hier ne üppige Vegetation haben, aber irgendwie Die anderen Mängel machen es nicht besser. Ja, ein Wehr liegt. Ich finde es halt interessant, dass eines der wenigen Spiele, die wirklich ordentlich auf den Markt gekommen sind in der letzten Zeit ohne viel Bugs oder sonst was, man sieht zum Beispiel die Triple-A-Titel, die auch viele Probleme und Bugs hatten. Das sind zum Beispiel Hogwarts Legacy, auch ein Spiel, wo ich kaum Probleme hatte. Was macht ihr denn da? Wir werden angegriffen. Glaubt doch einfach durch. Da war ein Reh. Ihr werdet angegriffen von einem Reh. Nee, ich habe ein Reh erlegt und dann wurde ich angegriffen von den anderen. Das ist zwar schön, dass mein was der Peilsender sagt, dass ich noch nicht in der Nähe bin, aber warum fängt der dann an, sich rumzuspinnen. Ich habe kann sein, dass wir ihn ausgraben müssen. Oh, das ist doch nervig. Was haben hier diese Wichs-Lachs-Nacken, ey. Immer die ganze Zeit mit ihm in den Raum. Wir brauchen jetzt einfach ein Maxim. Wir brauchen jetzt hier noch ein Shooter daraus. Einfach nur drauf, 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 drauf. Was sind denn das? Vollidioten. Da müssen wir uns das merken, dass wir die halt abklappern. Wenn wir die Schaufel haben. Dann ist das so. Wir kriegen sonst nicht noch die Reihe, aber wir können eine Million Milliarden Mutanten reinsetzen. Ohne Belänkling. Höhöhöh. Voll Spacken, ey. Ich könnte sagen, was wir wollen. Natürlich. Dornado. Man sieht die Bäume. Die fliegen nur um die Ohren. Gehen wir jetzt zum nächsten Punkt, oder? Zur nächsten Höhle, ja. Ich denke mal, wir sollten gucken, dass wir die Schaufel kriegen. Ich glaube, in der ersten Höhle finden wir das Tauchgerät. Da müssen wir ein bisschen rumtauchen. In der zweiten Höhle. Dann finden wir in der zweiten Höhle den Seilwerfer. Dann müssen wir den Seilwerfer nehmen, ein bisschen rumtauchen, kriegen die Schaufel. Und damit können wir dann irgendwelche Bunker ausgraben, um dann irgendwelche Schlusskarten zu finden. Aber das wird kein Zucker schlecken. Ich fürchte, so wie die Forrest aktuell ist, wirst du das auch normal nicht schaffen. Ihr kommt aber in meine Richtung, ne? Ja. Okay. Für die schulen Zuschauer unter euch, sagt mir bitte, wenn das Audio zu weit ist. Weil ich habe nämlich OBS ein bisschen umgestellt für meine Hogwarts Legacy Aufnahme. Ich würde mir nicht sagen, weil wir finden hier ganz viel Leichen und ganz viel Geld. Ich habe mich umgezogen. Ja. Und ich kann es nicht, weil ich immer noch keine Dingsbums finde. Mir fehlt dieses Klebeband. Oh, soll ich den Klebeband geben? Habt ihr noch was? Tollstück. Nimm's gerne. Ja, after eins. Noch was weiter. Ja. Dankeschön. Dankeschön. OBS. So. Wir müssen wir mal in diese Richtung. Wo ich echt mir überlegen bin, ob wir uns vielleicht einfach ein kleines Nachtlager aufmachen, weil nacht irgendwas zu machen dann sollte ich vergessen immer noch nicht geschafft haben das feuer ordentlich das feuer ja feuer könnt ihr ja nicht machen weil sich was die vor ist nach aber so ein feuer haben oder komplett grenzen aber naja aber ich habe nichts ich habe kein wirklich ich habe sicher ein gewolltes schlug machen wollen es ja nicht ich habe sicher ein gewolltes schlägt ja machen wir Animation hat jetzt lange gedauert. Ich habe so das Gefühl, wenn sie schon... Leg dich mal mit uns hin, Justin. Oh, das ist doch nervig. Ich habe so das Gefühl, dass das normal nicht darauf ausgelegt wird, sondern dass sie das Spiel eigentlich so drauf auslegen, dass bald man wieder mit acht Leuten spielt. Warte mal, Justin, gehen wir da kurz weg. Ich mache hier mal kurz Feuer, dann können wir nochmal unsere Knochen... Vorrat auffüllen. Du kannst die Pulli echt nicht mitnehmen. Das ist dumm. Irgendwo, wie ich... Ich gucke mal, dass man es eigentlich kann, aber... Bitte? Eigentlich, dass man es sonst kann, aber Fabi, das weiß ich ein bisschen, habe. Ist doch null Ruhe, ne? Interessant ist auch, dass man sagt, dass die, äh... Dass die Anzahl der Eingeborenen, dass die halt irgendwie mit dem Baum... Ich habe kein Wort verstanden. Ihr müsst mich tatsächlich umschlagen. Wir müssen was? Ich bin verpackt. Das bedeutet, ich muss jetzt killen und dann wieder aufwecken. Ist du sicher, dass das klappt? Das ist auch so eine Sache, die fliegen einfach nicht gebacken. Ja, geht wieder. Na, noch einer, oder? Ja. Was, du liegst? Ja. Oh, Mann. Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Alpha hin, Alpha her. Das Problem ist, solche, solche, äh, solche Packentwickler, weißt du, die einfach so rotz... Rechts immer so scheiße machen. Mach mal damit ausfüllen. Das ist ja das Problem. Oh, Entschuldigung. Okay, das kannst du nicht umhauen. Hmm. Okay. So, ich habe eine Plane gefunden. So, ich habe eine Plane.